...Schlag gegen die Romulanische Regierung durch die sogenannte Freie Krone. Exo-Morphe? Sehr interessant. Aber ich habe keine Angst vor Vernichtungswaffen. In den richtigen Händen. Nur weil die Loyalität dem Krieg gegenüber höher ist, als die ihrem Volk gegenüber. Diese Waffe hat das letzte Imperium, das sie besaß, zerstört. Nur weil die Eadol die Waffe nicht unter Kontrolle hatten, bedeutet das nicht, dass uns das auch geschieht. Hat der große Pika am Ende Angst? Angst? Ja, ich habe Angst. Um das Romulanische Volk, wenn Sie der Freien Krone die Kontrolle über das Imperium überlassen. Ich verstehe. Commander Soldok meldet, dass seine Hauptkontrolle keinerlei militärischen Zwecken dient. Ich schlage vor, dass Sie seine Ehrlichkeit und Loyalität überprüfen. Untersuchen Sie die Einrichtung. Nun gut, ich werde ein Team zur Analyse runterschicken. Aber wenn Sie Unrecht haben, Pika, werden Sie uns die Eindring in die neutrale Zone erklären müssen. Und wenn ich recht habe, liegt eine schwierige Entscheidung vor Ihnen. Lieutenant Monroe, die Romulaner schicken ein Team, das Soldoks Aktivitäten überprüfen soll. Sie werden vielleicht nicht bereit sein, Ihnen zu helfen, aber Sie bieten dennoch eine nützliche Ablenkung. Verstanden, Sir. Sie beamen sich gerade herein. Unsere Antworten liegen in diesem Komplex. Los jetzt! Sie werden den Zorn der Freien Krone zu spüren bekommen. Feuer erwidern! Vernichten Sie die Rebellen! Ich denke, ich soll jetzt doch mal helfen, oder? Ja, komm, helf mir halt. Ey, das kriege ich doch irgendwo, ja. Heute ist der Tag, an dem die freie Krone ihr Gesicht zeigt. Heute ist der Tag, an dem wir dem Genad zeigen, dass unser Weg der einzig Wahre ist. Das ist der Tag, an dem wir im Moment. Das ist der Tag, an dem wir uns mit dem Genadern sind. Das ist der Tag, an dem wir uns mit dem Genadern finden. Ich weiß jetzt aber noch mal von... What if? Noch irgendwo einer? Ja. Ja. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ach, okay. Passt. Ist nicht alles. Gute Nacht. 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 Ah, das ist ein Tick-Bogger. Headcan Hylong Ich hätte wirklich keine Heilung. Ich weich jetzt, ist mir wurscht. Das ist fies, weiß schon. Das ist mega fies. Von der Furcht über Mannen. Meine Femmins haben berichtet, dass es nur noch eine weitere Vöger zu sein. Ja, ich brauche unbedingt Heilung, das hilft nichts. Ich brauche unbedingt... Scheiße. Ja, ich brauche unbedingt Heilung. Das ist... Verpiss dich da oben. Ich weich jetzt jede fünf Meter, ist mir wurscht. Solange ich... Ich weich jetzt haben berichtet, dass es nur noch eine weitere Vöger zu sein. Viel mehr kann es sein... ... ... Das war's. Scheiße! Ja, jetzt ist mir die Aufnahme gerade ein bisschen abgeschmiert, aber ich hoffe, das funktioniert jetzt immer noch. So. Das ist so fies. Das ist so mies. Ja, ich werde jetzt auch noch mal eine Pause machen. Ja. 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 Komm. Komm. Es egal. Es egal. Ja. Ja, so würde es natürlich gehen. Ja, so würde es gehen. Speichern, speichern, speichern. Ich habe mich selbst getötet. Ich habe mich selbst getötet. Starke Leistung. Das gibt es nicht. Ich brauche unbedingt Heilung. Ich brauche unbedingt Heilung. Warum? 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 Ich verstehe gar nichts mehr. Ich verstehe gar nichts mehr. Ich verstehe gar nichts mehr. Ich verstehe gar nichts mehr.